guten tag nur mal ganz kurz ganz wenig zeit möchte ich euch rauben aber das finde ich ist es wert mit einer tesla spule oder so einem plasma ball irgendwelche neon lampen betreiben und so die man in der hand hält oder das sind ja alles neon lampen das neon klimm lampen die großen röhren das sind große neon lampen überall ist irgendwie ein gas drin und wenn man leds ran hält dann flackern die so ein bisschen wie die hier aber da gibt es ja jetzt die antiparallele verschaltung der leds und dann werden die richtig hell vorausgesetzt man fast daran ja damit kann man jetzt ordentlich licht machen meiner meinung nach also wenn man hier kontakt hat sozusagen man kann das auch in der hand halten was einfach in die hand und dann also ich finde es cool so hell habe ich es normal mit leds nie hingekriegt das sind jetzt drei led filaments in reihe und dementsprechend auf der anderen seite antiparallel die anderen drei dazu wollte ich euch nicht vorenthalten frohes fest dabei